Was war eigentlich? Was war eigentlich? Was war eigentlich? Was war eigentlich? Ja! Der Runde Schärmlands nicht gewünscht. Ja, das war jetzt nicht gewünscht. Die sind wohl jetzt nicht gewünscht. Aber wir haben acht Jahre gebaut, diese Schichtschule. Ja! 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 Seit Ewigkeiten gibt es seine Leiter, der Trott wird alle freien Tag. Ich glaube, ich bin gut und ich bin aber weich. Gegen Drachen dreht sich alle so wie so vor dem Lohn. Vor dem Lohn. Zum Beispiel Kerstin. Sie schüttelt sich in den Lohnen vor der Toilette an. Und so wie Sausen kommt die Kerstin doch so streng nicht dran. Da stehen 50 Frauen Kerstin ganz auf Schluss. Und jeder muss und jeder muss. Davor steht Vita. Dass sie nicht weiß, während sie hier noch in der Stange steht. Ist das ihr Fond an der Watsch, was mit der Blunden geht? Bis Vita wieder kommt, da sind die beiden ein Pech. Ja, so ein Pech. Sie warten lange in der Stange vor dem Lohn. In der Disco, im Theater, im Büro. In jene Schuppe, steh'n die Puppe, vor dem Lohn. In der Dagnon. Und wissen nirgendwo. Gibt es so ne lange Schlange wie die ultradamme Schlange vor dem Dagnon. Da war ein Zinke. Sie sind verliebt an der Kasse und aus Bier und Schock. Es steht über die Wiederholung in der Zeit der Lohn. Doch heute Abend ist die Zinke denkt sich wie. So wie er sie. Ich geh' gleich vor ihm. Sie hat sich schon im Sitten Kalb hier im Meer reingetan. Und alle sieben Mann lacht gleich zurück ins Korzelein. Danach geht's all die Bader wird weiter hin. Mit Kalb wieder. Ein Schweizer Chessi. Als ich jetzt schon liegt der Ziel in dem neuen Liedsricht zieh'n. Das heißt auch, durch sie braucht ne Frische und in den Kokasch. dann geht das andere und so, dann dauern fängt sie ab. Und fliegt raus. Hey, Herr und Heidi. Geh'n nur gemeinsam für die denn sie sind einfach gespannt. Sie macht nur viel zu sagen und sie woffen sich auch dran. Du komm' doch in die Stadt. Ich sitz' hier im Bistro. Und muss aufs Klo. Sie wartet lange in der Stange vor dem Damen-Klo. In der Bistro. Im Theater. Im Büro. In jedem Schuss. In jedem Schuss. Schenk' ich wohl. Vor dem Damen-Klo. Und wissen eben wo. Gibt's so ein schweres Unterfangen. Wie das alles steht. In den Stangen vor dem Damen-Klo. Da wartet Susi. Sie hat heute ein Date mit Walter aus dem Internet. Wohl immer treffend, denn da war immer so nett im Chat. Als sie dran ist, taucht sie durch das Fenster an. Mann, das war klein. Und das ist Lilo. Ja, sie muss nicht irgendetwas sie zu viel Tee getrunken hat und soll nicht diskutieren. Und die stecken ohne Eselstand die haben plötzlich unten alle vor. Weil Lilo geht. Es war zu spät. Und dann sagt Bibel will kontrollieren, was für den Slips sie seit heut Morgen trägt. Ist der Schaf jetzt überstimmt von Christ im Dachgericht. Gleich wird sie sehen. Sie trägt das Teil vom Schlussverkauf mit Bärchen drauf. Und wie es nicht geht? Nach allen Hühnern ist die Schüssel jetzt total versaut. Sodass sich Angie wirklich nicht mehr aufzusetzen haut. Das macht ja nichts, weil sie entstehen gehen kann. Sie ist ein Mann. Sie wartet lange in der Schlange vor dem Damen-Klo. Natürlich auch in der Pause dieser Show. Bei Füßen und Bitten stehen die Schritte vor dem Damen-Klo und sagen schadenfroh. vielleicht stehen wir etwas länger als die Männer, aber dafür stimmt's bei uns nicht so. auch nicht so, wie es nicht so. So schön, so schön, so schön. Oh, jetzt ist das schön, oh, jetzt ist das schön. So was hat man, man, ich will nicht sehen. So schön, so schön. Oh, jetzt ist das schön, oh, jetzt ist das schön. So was hat man, man, ich will nicht sehen. So schön, so schön. So schön, so schön. So, jetzt gehen wir noch mal.